So Leute, die nächste große Bitcoin-Bewegung wird explosiv und eine ganze Menge Leute sitzen gerade auf glühenden Kohlen und fragen sich, in welche Richtung wohl diese Bewegung gehen wird. Werden wir nach oben gehen? Werden wir nach unten gehen? Im heutigen Video werden wir uns also einmal darüber unterhalten, was ich als nächstes vom Markt erwarte. Wir sprechen darüber, wer momentan eine ganze Menge Bitcoin dampft, denn wir haben momentan wirklich Millionen von Dollar an Bitcoin, die von Waren gedampft werden. Auf der anderen Seite haben wir allerdings auch andere Waren, die Bitcoin akkumulieren. Wir sprechen also über die nächste große Bewegung und alles weitere, was ihr wissen müsst, falls ihr auch nur irgendwas mit Kryptowährung zu tun habt. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal mit dem 4-Stunden-Chart loslegen. Was man jetzt auf jeden Fall sehen kann ist, nachdem wir nach unten gegangen sind und einen schönen Bounce nach oben gehabt haben, sind wir nicht ganz bis zum Widerstand da oben gekommen. Stattdessen, bevor wir da angekommen sind, haben die Bären wieder die Kontrolle übernommen und haben uns wieder nach unten gedrückt. Ganz allgemein, was ich also momentan sehe, ist eine weitere Konsolidierung und zwar zwischen diesen beiden orangenen Boxen und zwar noch etwas länger, bevor wir dann sehen, dass wir eine weitere entscheidende Bewegung haben. Auf eine Sache würde ich allerdings noch hinweisen und zwar auf dem Daily-Chart haben wir immer noch diesen 200er-Tage-Durchschnitt, diese grüne Linie, was auf jeden Fall weiterhin diesen ganzen Bereich hier unten als Unterstützung bestärkt. Wir haben hier also ein Cluster an Unterstützung. Es wird schon einiges abverlangen, damit wir unter die orangenen Box brechen können und auch unter die grüne Linie. Das sollte man sich auf jeden Fall bewusst machen und ganz allgemein, nach einer gewissen Seitwärtsbewegung, glaube ich persönlich zumindest, dass wir wieder nach oben gehen werden. Ich würde also schätzen für den Rest des Sommers, da werden wir wie gesagt einige Pumps nach oben haben werden, wir werden einige Swings nach unten haben, aber ganz allgemein werden wir für den Rest des Sommers seitwärts laufen. Und dann vielleicht August, vielleicht sogar Anfang August, werden wir dann sehen, dass Bitcoin langsam aber sicher wieder anfängt nach oben zu gehen und dann werden wir explosive Bewegungen nach oben haben, wahrscheinlich gegen Ende des Jahres. Das ist das, was ich allgemein in Bezug auf die Preisbewegung und auch auf den Zeitrahmen sehe. Aber schaut mal hier, auf dem Daily-Chart haben wir diesen nach unten gerichteten Kanal gehabt, wir sind nach unten durchgebrochen. Wie ihr wisst, es gab ja diese Situation, wo wir entweder nach unten durchbrechen müssten oder aber eben von dieser orangenen Box unterstützt worden hätten, ja, müssen. Und ganz klar, wir sind nicht unterstützt worden, stattdessen sind wir nach unten durchgebrochen und wir haben dann von dieser Stelle aus einen richtig schönen Bounce gesehen. Jetzt allerdings sind wir wieder innerhalb dieses nach unten gerichteten Kanals. Das Ganze ist auf dem Daily-Chart, deshalb ich würde sagen, wir behalten das einfach mal weiter im Auge, aber es sieht zumindest danach aus, als würden wir jetzt wieder etwas Unterstützung bekommen. Ich halte euch allerdings natürlich darüber auf dem Laufenden und auch bei Ethereum, da sind wir zu guter Letzt mittlerweile zu dieser orangenen Linie bei 3.264 nach unten gegangen. Und auch hier habe ich weitere Neuigkeiten in Bezug auf den Ethereum-ETF, der ebenfalls bald auf den Markt kommen wird. Da, ja, bleibt auf jeden Fall dran, gibt es auf jeden Fall ein paar Neuigkeiten, aber ich glaube zumindest, dass Ethereum zu diesen Preisen zu akkumulieren, dass das absolut keine schlechte Idee ist. Das ist zumindest das, was ich persönlich auch mache. Dann kommen wir nochmal zu den traditionellen Märkten. Hier laufen wir seitwärts und das zwar schon mittlerweile fast oder ungefähr eine Woche, so sehen die traditionellen Märkte aus. Und ich glaube, dass Bitcoin irgendwann diese Gewinne aufholen wird, weil die traditionellen Märkte sind ganz klar nach oben gegangen, während Bitcoin nach unten gegangen ist. Und normalerweise ist es so, dass Bitcoin irgendwann aufholt und dann sogar noch outperformt. Jetzt lasst uns allerdings mal darüber sprechen, warum wir überhaupt diesen großen Job für Bitcoin gehabt haben. Wir hatten natürlich einmal Mt. Gox, wo gesagt wurde, dass die bald damit anfangen werden, dass die ihre Bitcoin verteilen werden. Und die Leute haben natürlich Angst gehabt. Aber das ist nicht das Einzige gewesen, sondern wir haben gestern die US-Regierung gehabt, die tatsächlich noch einmal, ich glaube, Bitcoin im Wert von 250 Millionen Dollar verkauft haben. Die US-Regierung, die dumpt momentan also auch noch Bitcoin. Hier schaut mal, die haben fast 4000 Bitcoin an Coinbase Prime geschickt. Coinbase Prime, für alle, die das nicht wissen, das ist die OTC-Abteilung von Coinbase. Also ja, die verkaufen, auch wenn man dazu sagen muss, das ist kein Market Sell in diesem Moment. Das ist nicht so, als hätten die 4000 Bitcoin auf normales Coinbase geworfen und dann im Orderbuch platziert. Das nicht passiert, sondern Coinbase Prime, entweder wenn die einen OTC-Käufer haben, dann können sie den auf diese Art und Weise verbinden. Oder aber die werden dann langsam im Laufe der Zeit auf den Markt verkauft. Also natürlich, klar, so oder so, das bringt zumindest etwas Verkaufsdruck oder nimmt zumindest etwas Kaufdruck weg, weil natürlich die Käufer normalerweise diese Bitcoin auf dem Markt kaufen würden, anstatt die OTC zu kaufen. Das ist halt eine Sache, die man im Auge behalten muss. Und auch Deutschland hat eine ganze Menge Bitcoin. Auch die haben gestern damit fortgesetzt, diese Bitcoin zu verkaufen. Weitere 345 Bitcoin sind auf die Exchanges geschickt worden, um verkauft zu werden. Also die US-Regierung, die deutsche Regierung und möglicherweise Mt. Gox, die sind gerade dabei, also die Regierungen sind auf jeden Fall dabei, Mt. Gox, die schicken zumindest bald ihre Bitcoin raus. Aber obwohl wir das gesehen haben, das ist ja nicht mal so eine Riesenmenge. Wir haben viel, viel größere Verkäufsinflows in Coinbase Prime gesehen in der Vergangenheit. Hier, klar, die haben 4000 Bitcoin verkauft, aber wir haben zwei Badges von 49.000 Bitcoin an Verkaufslegität in der Vergangenheit gehabt und der Bitcoin-Preis hat sich trotzdem gut entwickelt. Ich würde also natürlich nicht sagen, dass man jetzt zu viel Angst davor haben sollte, dass die US-Regierung verkauft, weil was Bitcoin in der Vergangenheit gezeigt hat, ist, dass trotz all dieser Sachen hat sich Bitcoin eigentlich immer noch gut gehalten. Wir haben immer noch keinen freien Fall gesehen. Ich denke also, dass Bitcoin momentan immer noch ziemlich stark ist und es gibt sehr, sehr viele Leute, dass die, wenn wir nochmal zur orangenen Box kommen sollten oder vielleicht sogar noch niedriger, dann gibt es so viele Leute, so viele Institutionen, die Bitcoin zu diesen Leveln gerne aus den Händen reißen würden, die kaufen werden. Deshalb, ich mache mir deswegen nicht allzu große Sorgen, was die Liquidierung angeht, Liquidierungslevel, wo haben wir die nächste große Bewegung oder wo könnten wir eine bekommen? Na ja, was wir hier sehen oder wo könnten wir einen Short-Squeeze sehen? Das wäre hier oben zum Beispiel, da haben wir die ganze Liquidität von Short-Verkäufern. Das ist relativ weit weg, muss man sagen. Wir müssten schon auf 61.500 kommen, um diese Level zu erreichen, um relativ große Short-Squeezes zu sehen. Dann haben wir ein weiteres Level bei 62.000 bis 52.500 Dollar. Aber wenn der Bitcoin-Preis also nochmal nach oben steigen sollte, zu diesem Punkt, dann werden diese Short-Positionen liquidiert und wir würden einen schönen Pump nach oben haben. Nach unten hin, muss man ganz ehrlich sagen, sieht das etwas, ja, etwas fester aus. Da haben wir viel mehr hintereinander. Von 60.500 bis auf 60.240. Da haben wir eine ganze Menge Longs, die liquidiert werden könnten, wenn der Preis noch einmal nach unten fallen sollte. Das sind auf jeden Fall die wichtigsten Level, die man im Hinblick auf die Liquidierung im Auge behalten muss. Und auch morgen haben wir, ich glaube, 2,7 Milliarden Dollar an Optionen, die auslaufen werden. Also macht euch auf jeden Fall auf große Volatilität gefasst. Außerdem haben wir noch einen vierfachen Hexensabbat, der tatsächlich nur viermal im Jahr stattfindet. Und das ist, wenn Index-Futures, Index-Optionen und Futures gleichzeitig erloschen werden. Also die laufen alle morgen gleichzeitig aus. Was in der Regel zu mehr Volatilität führt. In der Regel kann man also morgen unfassbar große Volatilität erwarten. Vor allem mit diesem Liquidierungslevel. Da könnten wir nämlich einige richtig krasse Bewegungen sehen. Vor allem, weil wir natürlich auch sehen müssen, dass wir einige wichtige Daten haben, die veröffentlicht werden. Und zwar einmal den Core-PC-Preisindex im Monatsvergleich. Dann persönliche Einkommen für den Vormonat und persönliche Ausgaben. Das wird sich alles aus den Märkten auswirken. Weshalb es auch zwingend notwendig ist, dass wir uns morgen besonders darauf vorbereiten müssen. Und dann, was die Ethereum-Spot-ETFs angeht. Reuters hat gestern einen Link gepostet. Und zwar, dass die möglicherweise schon am 4. Juli auf den Markt kommen werden. Einige Quellen behaupten das zumindest. Und ich denke, dass das meiner Meinung nach auf jeden Fall etwas Gutes auslösen wird. Ich glaube, das könnte und wird eines der wichtigsten Dinge sein, um den Aufwärtstrenden wieder zu entfachen. Ich sage ja natürlich nicht, dass das sofort passieren wird. Ich glaube schon, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, für den Rest des Juni und Juli werden wir hauptsächlich Seitwärtsbewegungen sehen. Aber im Laufe der Zeit wird das einen großen Effekt haben, je mehr Zeit vergeht. Und es wird einfach diesen Funken auslösen, den Kapitalisator, den wir brauchen, um nach oben zu kommen. Das ist zumindest das, was ich glaube. Und außerdem, obwohl wir so viel Marktfahrt gehabt haben, hat der Nettozufluss in die größte Bitcoin-Wallets den höchsten Stand seit Mai erreicht. Obwohl die USA und Deutschland Bitcoin-Dumpingpreisen belasten, häufen die Wale hier weiterhin Bitcoin an. Die sind weiterhin am Akkumulieren. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, ist, dass die USDC-Net-Inflows auf Zentralexchanges, dass die gestern ein Einjahreshoch erreicht haben und zwar von 224 Millionen Dollar. Ne, das war vor zwei Tagen. Aber als wir diesen großen Drop gesehen haben, gab es eine ganze Menge Wade, die bereit gewesen sind, den Dip zu kaufen. Das ist also auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Wir haben Fiat, wir haben Stablecoins, die auf jeden Fall bereit sind, diese ganzen Dips zu akkumulieren. Und auch Gary Gensel hat gesagt, dass er, oder ist das seine Mutter? Nee, ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall haben die gesagt, dass er sagt, dass alles reibungslos in Bezug auf den Spot Ethereum ETF funktioniert oder läuft. Alles läuft also immer noch genauso wie geplant. Wir haben den Feed-in-Greed-Index, der auch wieder auf dem niedrigsten Punkt seit September 2023 gewesen ist. Und als wir dieses Level im September 2023 erreicht haben, haben wir auf jeden Fall eine große Ready für Bitcoin gehabt. Die Menschen sind momentan super, super ängstlich. Und das bedeutet, ja, wir könnten tatsächlich einen schönen Plan da oben sehen. Weil ihr dürft nicht vergessen, der Markt liegt normalerweise falsch. Außerdem noch eine andere Erinnerung, Lingo. Wir sind gerade mal noch ein paar Stunden vom Vorkauf entfernt, äh, vor Verkauf, sorry. Falls ihr also ein paar Lingo-Token haben möchtet, ihr wisst, was ich denke. Ich glaube, das will richtig gut laufen. Falls ihr also ein paar Lingo-Token haben möchtet, habt ihr heute am Donnerstag die Möglichkeit, ein paar zu kaufen. Ihr solltet euch dessen einfach nur bewusst sein. Und abgesehen davon, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.